Hallihallo Freunde, heute kommt ein kleines Zwischendurch-Video, weil ich möchte euch zu Weihnachten noch was geben, beziehungsweise vier Leuten von euch. Aber vorweg nochmal ganz kurz, es wird auch noch gleich ein schönes Video kommen. Das hat Phil Schreyer von dem Kanal Flash Bros gedreht und gemacht. Und zwar haben wir uns vor zwei Wochen zusammengesetzt, ein paar Bulli-Fahrer und haben uns eben zusammen getroffen. Und ein kleines Lagerfeuer gemacht, ein bisschen Chili con Carne gegessen. Da gibt es noch ein ganz nettes, süßes, zusammengeschnittenes Video. Den Kanal verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung von Flash Bros. Da könnt ihr auch natürlich gerne mal vorbeigucken. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann folgt mir auf jeden Fall mal bei Instagram, denn da mache ich immer so ein bisschen Aufrufe oder zeige mal, wo wir sind oder wo wir uns so bewegen. Dann könnt ihr das auf jeden Fall mitverfolgen und könnt auch gerne mal vorbeikommen. Also dafür bin ich natürlich auch komplett offen. Jetzt aber dazu, was ich euch geben möchte. Und zwar, vier Leute von euch können heute ein kleines Päckchen bekommen von mir. Ihr schreibt mir einfach in den nächsten 24 Stunden in die Kommentare, warum ihr das haben möchtet oder was auch immer. Ist mir eigentlich egal, was ihr schreibt. Auf jeden Fall werde ich mir davon dann vier Leute aussuchen und werde euch zu Weihnachten dann noch ein Paket zusenden. Da findet ihr dann... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Einen kleinen Jahreskalender für 2018. Den hat meine Freundin komplett selber gestaltet und selber gemacht. Dann bekommt ihr einen leckeren Winterzucker. Da gebe ich euch noch ein Rezept dazu und da könnt ihr euch einen leckeren Apfelpunsch draus machen. Oder was ihr gerne anderes daraus machen wollt. Und zu guter Letzt backt meine Freundin noch ein paar Kekse für euch. Die kommen natürlich frisch zu euch, nicht die jetzt, die hier im Video gezeigt werden. Und dann wünsche ich euch damit auf jeden Fall viel Spaß. Und ich denke, jetzt wünsche ich euch mal viel Spaß mit dem Video aus Heidkarte, Nähe Kiel. Und lasst auf jeden Fall ein paar Kommentare da. Und schaut auf jeden Fall bei Phil vorbei, der das Video für uns und für mich produziert hat. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also, haut rein! There are no fish in this river. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.